Die Elf. Die Elfjüngsten Spieler im SV WK. Jonas Zweig. Jan. Wie ist Jan? Recht aus der Verteidiger. Wer hat Jan Hendrik Markus gesagt? Oh, das ist schlecht. Ja? Ja. Ja! 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 Ja, aber ich kenne ihn nicht so. Ja, das ist schlecht. Egal. Ja! Ja, er kennt ihn. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne nichts von ihm. Ich kenne nichts von ihm. Ja! 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 Somit 1 zu 0 für Mounier. Ja! Ja, klar. Normalerweise ist es schon drei Jahre hier. Drei Jahre. Kommen wir zur Frage Nummer 2. Nennst die Teilnehmer der Europameisterschaft 2020? Alle? Ja! Die Teilnehmer der Europameisterschaft 2020. Vorhin hat die Uni angefangen? Wie zum Klönen? Ja! Das letzte Mal, was ich wieder zur Frage? De país! Hamar. Frankreich. Neut G�? Hämmer. Wie heißt das Lola in Holland? Hämmer. Holland. Italien. Spanien. Spanien? scream. Türkei? Hämmer. Wie heißt das? Wales. Ja, aber Wales. England. Das ist eklig, wenn eine schon gegeben wurde. Ich habe keine Ahnung. Ein Kicker. Noch fünf? Irland. Es ist dabei, nein. Portugal, Polen, die sind dabei. Ich glaube, ich wäre in der Liga des Champions. 2-0 für Jürgen. Wagen Nummer 3. Champions League Teilnehmer der Saison 19-20. Also diese Saison. Madrid. Juve. Inter. Dortmund. Dortmund, Leverkusen. Atletico. Paris. City. Man City. Ich weiß, wenn ein Fehler macht. Lille. Lille. Chelsea. Was hat er gesagt vorher? Manchester was? Man City. United. Doch. Das war Champions League. Nein. Nein. Doch, das war Champions League. Nein? Ich bin noch schlafen. Kategorie 4 wird sein Bundesliga-Trainer der Saison 19-20. Auch die, die entlassen wurden? Alle. Wer soll anfangen? Ich kenne keine Trainer. Wer hat zu letztem angefangen? Ich glaube nicht. Deschamps. Der Trainer der Bundesliga. Deschamps. Ich dachte, er hat gesagt, dass er Europa-Meister war. Ich habe gedacht, dass er Europa-Meister war. Wie kommt der Trainer? Ich trage. Ich trage. Sandro Schwartz. Ich kenne keine Trainer-Fans in der Bundesliga. Ich schwöre auf alles. Bayern München? Ich glaube, sie sind in der Saison 2. Du bist in der Saison? Ja. Wie ist das? Früher von Frankfurt? Früher von Dortmund. Du kannst du auch kennen? Tennis. Tennis. Du bist in der Saison? Früher, du findest. Du kennst nicht Sophie, ich schwöre. Martin Frankreich. Fähre ich. Du kannst du nulier? Deutschlands. Du kannst du nulier? Ja, ja. Konfer. 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 Mal. Du bist. Der Mann. Der Mann. Ich coloredte. Ich wollte. Der will jetzt einen Trainer langen, der ist seit ein paar Jahren bei Hertha the Luke. Ich kenn keinen, oder? Somit keine Antwort. 4 zu 0. Das ist freilos. Letzte Frage. Die Teams der 3. Liga dieser Saison. Das ist sehr sauber. SV Waldhof Mannheim 07. Buse. Braunschweig. Magdeburg. Chemnitz. Hansa Rostock. Du kannst schon alle. Mepel. Ingolstadt. Ja, gut. Bis Baden. Bis Baden. Letztes Jahr aufgestiegen. Somit. Ein klartes 5 zu 0 für Moni. Wie heißt das? In Québec hat kein W. Hä? In Québec hat ein W. In Québec hat ein W. Herzchen Glückwunsch. Jetzt Frankreich machen. Oh, doch. Tunisien. Tunisien. Du weißt selber nicht. Zeig mal nicht. Zeig mal nicht. Zeig mal nicht. Zeig mal nicht. Träbel sie. Träbel sie.